und jetzt kommentieren sie wieder all das was ihnen wichtig ist also legt los jungs hier sind brand und buttermann ja breaking news breaking news barbarian is calling hamburg hello hamburg can you hear me yes yes bavaria we can hear you what about your weisswurst and your brezel yes lapskaus fischbrötchen and so what how are you doing boris i am a little bit like depressed because the journalistische pflicht ist not very gut angekommen was ist denn wieder los ich mache doch nur meine arbeit was ist denn los aber du hättest auf mich hören sollen denn mike hat ja weiß ja was er über dich gesagt hat ich meine ja so hat er gesagt irgendwie mit journalistisch irgendwie mit journalistischem hintergrund und das fliegt mir jetzt um die ohren da will man einmal ein bisschen bevor wir ins detail gehen ich habe morgen ja schon bei uns in der sendung kann man auch sehen einen flammenden vortrag gehalten zum thema politik und demokratie und sonst was alles auch als lehrstück für alle beteiligten die ihnen schnell emotionalisiert sich von ihren gefühlen lenken lassen und auch von wahren gefühlen und wahrheiten und sowas alles lenken lassen und denken wenn man auf der richtigen seite steht gibt es nur eine meinung und ich würde das gerne wenn es für dich okay ist kurz in einem klitzekleinen vortrag für alle zum lernen noch mal kurz zusammenfassen okay war ein go oder nehmen wir mal an jemand hat eine wirklich also hat etwas gemacht was nicht in ordnung und nehmen wir mal an über diesen vorfall gibt es bei menschen die vor ort waren verschiedene meinungen trotzdem ist es so dass die wahrscheinlichkeit extrem hoch ist dass die eine von diesen meinungen die richtige ist ganz normales beispiel aus dem ganz normalen leben oder aus deutschen gerichtsseelen dann ist es so dass man beide seiten zu wort kommen lässt dass man beide seiten frei ihre meinung sagen lässt selbstverständlich kann man dann dazu eine meinung haben und was darüber sagen das gehört alles mit dazu aber alle seiten dürfen ihre meinung sagen und wenn es noch so zweifelhaft ist und wenn es noch so schräg ist und wenn es noch so rechts ist oder noch so links oder noch so quer oder noch so bunt alle seiten dürfen ihre meinung sagen und ich möchte hier bei der gelegenheit werbung machen für den französischen geist für alle die die bisschen gewildeter sind und in der schule aufgepasst haben in frankreich und das ist tatsächlich dem gesamten und ich bin sehr frankophil und ich bin ja auch oft da unten in frankreich ist es die oberste regel des zusammenlebens der menschen und auch die oberste regel übrigens in deren demokratie und die oberste regel in deren verständnis von gerechtigkeit dass man alles dafür tut alles um seine eigene meinung seine politische meinung seine eigene meinung zu vertreten und zu verteidigen alles tut man dafür und jetzt geht der satz weiter aber noch viel mehr tut man dafür dass auch der andere immer seine meinung sagen darf und das ist das wichtigste und es gibt viele menschen die sind haben gelernt ja dass ihr gefühl für irgendwas das entscheidend ist dass das gefühl wichtig ist und nehmen wir als bestes beispiel und weil es so lächerlich ist nehmen wir ein habeck daher der tatsächlich allen ernstes sagt der wirtschaft geht es gut das ist nämlich sein gefühl der gefühl ist er geht er fährt in berlin mit seinem fahrer durch die gegend da sind die läden auf da gibt es einen laden sagt er zu seinem fahrer mensch guck doch mal der wirtschaft geht es gut da ist ein kiosk die haben zigaretten aber auch dosensuppen und kaffee gibt es da auch und gleichzeitig ist noch eine postfiliale da drin steht ja dhl obendrauf ist es nicht toll der wirtschaft geht es gut und herr habeck dem geht es so wie vielen menschen gerade übrigens im digitalen bereich hier online bei social media er denkt weil er was sieht ja ist das die wahrheit für die ganze welt und dem ist überhaupt gar nicht so das ist ein gefühl und das gefühl ist so der wirtschaft geht es gut wenn man hinterher noch so blöd ist und sagt nur die zahlen sind schlecht dann zeigt man seine eigene inkompetenz noch mal doppelt und dreifach und man stellt unter beweis dass man gefühl vor tatsachen stellt so zu unserem aktuellen fall und da kannst du gleich noch mal ausführlicher was zu sagen vielleicht aber wir haben gesagt da gibt es etwas was passiert ist wir wollen das gerne klären alle reden darüber wir wissen es nicht wir waren nicht dabei und alle anderen fast alle anderen waren auch nicht dabei aber einer war dabei und deswegen haben wir gesagt fragen wir doch mal den einen der dabei war wir sind selbst haben wir auch gesagt vorher schon wir sind kritisch was das grundsätzliche verhalten von den sinn normal angeht aber ich habe gestern im gespräch auch gesagt ist was der typ ist einfach irgendwie sympathisches kerlchen und er hat sich geäußert er hat gesagt was da passiert ist ich war nicht dabei meine aufgabe ist es nicht zu sagen nein du lügst weil ich nicht dabei war und frank ist ja der der von uns beiden journalistischer deutlich ausgebildeter ist hat ja genau wie ich ja aber noch mit mehr experten hintergrund hat der frank auch das mitgetragen und deswegen sind wir hier zwei leute die einfach eins gemacht haben und zwar nicht um unsere quote zu verbessern und irgendeinen disput zu erreichen oder so sondern einfach deswegen um die andere seite zu hören weil das wichtig ist genau und für alle die jetzt übrigens sagen worüber reden die beiden da eigentlich also es geht um folgendes es gab ja einen zwischenfall wer unser interview oder mein interview mit tana gesehen hat dem youtuber der hat erzählt eric sindermann hat den tana auf eine party in berlin eingeladen dort war mike zieß zu gast mike zieß warf tana böse blicke zu weil der über ihn auf youtube sagen wir mal nicht unbedingt positiv berichtet hat als es als sie als er nach draußen ging hieß es oder sagte tana er wurde von mike irgendwie geschubst oder wie auch immer also da gab es wohl eine körperliche und körperlichen angriff eine körperliche attacke eric sindermann wäre dazwischen gegangen hätte die beiden getrennt daraufhin kam auch die polizei es wurde anzeige erstattet eric sindermann hat wohl so aussage von tana und ich glaube eric hat das auch bestätigt für erst erstmal ausgesagt hat dann aber kurze zeit später die aussage zurückgezogen und so weiter warum hat er sie zurückgezogen das war der kern unseres auftrags oder unserer intention war rauszukriegen warum sagt man denn erst jawohl ich sag für dich aus ich bin auf deiner seite warum zieht man dann plötzlich zurück und da hat er gestern das kann sich jeder anhören da hat er gestern darauf geantwortet und hat gesagt ich finde jetzt da mit polizei und alles das das finde ich dann überzogen er hat auch gesagt dass er das so sieht dass der mike da übertrieben hat und hat ja auch im lauf des gesprächs gesagt dass der mike da auf einem ganz falschen film unterwegs ist und sowas alles also gar keine zweifel darüber aber er hat gesagt er fand polizei überzogen und das ist seine meinung und da habe ich nicht zu zu urteilen weil ich war ja nicht dabei ich weiß nicht wie schlimm das war so und es gibt ich möchte kurz vorlesen einen instagram pros post von yvonne und mittlerweile hat auch michael den geteilt und so weiter und der da lautet ich finde es absolut nicht gut dass diese aussage von ericke batana in diesem video vorkommt es wird der trailer gemeint den ich den ich heute morgen produziert habe wo ja auch das statement von eric drin ist wo ja so ein bisschen klar wird oder oder er der meinung ist dass tana klicks generieren wollte oder videos über die situation machen wollte anstatt das im kleinen zu klären das war ja so ein bisschen die aussage im post heißt es weiterhin wir haben den alle damals exposed weil er den vorfall gar nicht gesehen hat und nicht dabei war außerdem wissen wir alle außerdem wissen wir alle eric lügt sobald er den mund aufmacht so das wurde gepostet das weiß ich nicht da sage ich ganz ehrlich ich weiß nicht dass eric sinne man lügt wenn er den mund aufmacht ich weiß nicht wann er gestern gelogen hat bei welcher situation aber wir haben ihn zu wort kommen lassen und das ist okay und ich muss auch gar nicht urteilen ich muss ja ich weiß ja auch nicht wann mike lügt und ich weiß auch nicht wann der anderen kenne ich gar nicht den tan hat übrigens aber by the way ich glaube also mein glaube mein glaube ist es gab den vorfall ich kann auch glaube ich so gut beurteilen über das was ich das mike bis jetzt gesehen habe dass das mit sicherheit so gemacht hat ich finde überhaupt das geht überhaupt nicht ja wenn es dazu gewalt kam oder sowas an es geht gar nicht von außen betrachtet so theoretisch gesagt weil wie gesagt ich weiß es ja nicht aber trotzdem hört man die andere seite genau und dann kann sich jeder selber eine meinung bilden ja und wenn und wenn es so gewesen sein sollte dass die polizei gekommen ist was ja tatsächlich wohl der wahrheit entspricht und es hat einen vorfall gegeben dann frage ich jetzt warum in gottes namen ist dann nichts passiert eigentlich ja immer man sagte weil es keine zeugen gab die das sozusagen bestätigen wenn ich dir eins auf die schnauze hau abends im dunkeln im park und du gehst zur polizei polizei und sagst das dann wird ermittelt dann gibt es eine vorladung dann gab es auch das gab es ja auch ja aber dann dann passiert was dann kommt ja irgendwas raus also irgendein ergebnis kommt ja dann raus wurde wurde eingestellt mangels beweisen genau genau und das heißt wenn es eingestellt wurde mangels beweisen dann ist das die einzige tatsache und das ist deswegen haben wir sind am an gefragt dann ist es die einzige tatsache die wir haben die ermittelnde behörden haben eingestellt wegen mangels an beweisen da haben zwei jungs von denen einer sich scheiße vielleicht verhalten hat scheint so gewesen zu sein hat der eine gesagt den anderen wissen wir nicht der eine von dem sagt man jetzt der macht das maul auf der wenn das maul auf macht lügt da und so weiter und so fort ja genau und ganz schnell noch ein satz den kann das kannst du vielleicht zusammenfassen wir wurden in den kommentaren dass das schön ist es gibt jetzt nur diesen trailer und kanal mitglieder das sind 21 an der zahl haben die möglichkeit sich das interview jetzt schon anzuhören alle anderen kennen den inhalt unseres gesprächs noch gar nicht weil es erst heute abend 20 uhr 15 online geht und trotzdem steht in den kommentaren vermehrt warum bietet ihr ihm eine bühne und so weiter magst du es kurz zusammenfassen warum bieten wir er sind dann mal eine bühne eine bühne wobei ich sagen muss bühne bieten finde ich auch einen komischen ein komischen satz irgendwie also wir unterhalten uns mit ihm ich sage mir ich sage mir wie es für mich ist für mich ist es so mich ist das interessant ich bin ja ganz neu in dem geschäft ja für mich ist interessant mit dem zu sprechen fertig ich kenne ihn gar nicht ich hatte komischerweise in dem gespräch neulich als du gesagt hast rufe ich nochmal an hatte ich seine nummer irgendwie drin ich weiß gar nicht warum ich die hatte ehrlich gesagt ich habe mit dem glaube ich bis jetzt nichts zu tun gehabt ich hatte sie dir doch rüber geschickt ach du warst da ich hatte auf jeden fall plötzlich diese nummer da und dann habe ich ihn angerufen und wir hatten ihn dran und er sagte es wäre jetzt gerade unangenehm und dann haben wir gesagt wir würden gespräch machen im vorfeld übrigens haben wir gedacht jetzt wollen wir mal gucken was der uns erzählt und da muss ich sagen das habe ich im gespräch genau so gesagt der typ ist ein sympathisches kärtchen in dem gespräch muss ich habe ich auch gesagt ich habe gesagt mein freund ich muss dir mal sagen du bist echt ein sympathisches kärtchen man kann ihm auch nicht so richtig böse sein weil ich weiß nicht ob er lüge ich war ich kenne ihn ja nicht freunde ich kenne ihn nicht ich habe nur wir haben ja auch keine bühne geben sondern wir haben jemanden der anscheinend von der gesamten community oder von einem großen von einem großteil der community irgendwie in einer falschen ecke steht in einer richtigen ecke steht beschuldigt wird ausgegrenzt wird oder sonst irgendwas dem haben wir mit dem haben wir uns unterhalten und das ist total richtig das ist verglichen ist mal so wenn wir über politik reden wie schnell heißt es heute die eine partei ja die darf man nicht mit der darf man nicht mal sprechen das ist ein großer fehler der grund den erfolg der afd ist einzig und allein die schlechte politik der ampel und die tatsache dass man ihnen das maul verbietet und dass man alle leute schlecht macht die die wählen wollen dadurch werden die nur interessant lass sie doch mal performen dass sie mal haben gestern und schon verkacken sie sachen und wenn sie sich wenn sie sich entlarven passiert aber auch nur wenn du mit ihnen sprichst das können sich gar nicht entlarven und das hätte auch bei eric sintermann passieren können nämlich dass er dinge erzählt von denen wir sagen die klingen nicht danach als würden sie hinten und vorne stimmen oder was bist du für ein arroganter sack oder was weiß ich also war das sowas hätten wir niemals in erfahrung bringen können wir uns nicht mit dir und auch wir noch schlimmer noch schlimmer liebe freunde der gepflegten unterhaltung und des journalismus wisst ihr was ja auch sein kann und deswegen ist es manchmal so scheiße so vorschnell zu urteilen vielleicht ist es auch so dass man jemanden ein gemütliches bett baut damit er sich in dieses bett reinlegt und nach einer oder zwei nächten man irgendwann zum kern kommt weil derjenige ja schon gut geschult ist und weiß was er zu sagen hat und wie er sich zu verhalten hat und vielleicht ist es manchmal ganz schlau und ich will ja keine geheimnisse verraten aber ich will nur sagen wie es sein könnte dass man jemand erstmal in the mood bringt um ihn dann in einem zweiten und dritten gespräch vielleicht mit dingen zu konfrontieren die sich daraus ergeben aus dem gespräch und aus den recherchen dazu es ist nicht gut vorschnell zu urteilen fragt mal luk mokritsch wie sich das anfühlt wenn man vorschnell menschen verurteilt und am ende was anderes ganz anderes rauskommt genau und ich darf dazu noch sagen weil wir das auch noch nie öffentlich thematisiert haben auch wir beide haben intern auch darüber gesprochen ob wir zum beispiel mit dem maxis sprechen wollen denn es war ja immer wieder thema das er auch erwähnt hat ja hier ich überlegt auch da unterhalten wir beide uns und stimmen uns ab und 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 befragen uns selber finden wir es richtig ist es der richtige moment ist es der richtige gast und bis dato sind wir der meinung ist bis dato war hat es sich nicht richtig angefühlt ja also bei mike kann man es ganz deutlich sagen und ich bin froh dass es so gekommen ist wie wir gedacht haben nämlich in der zweiten folge war der mike völlig uninteressant und das finde ich gut so ich finde es scharf dass der andere vogel so ausgeflimmt ist ja und in der dritten folge wird es ja noch viel schlimmer werden aber tatsächlich am ende einer staffel zum beispiel ja wenn alles auf dem tisch liegt wenn das was man was man was man zeigen wollte wenn das gezeigt worden ist dann ist vielleicht der richtige zeitpunkt mit jemand zu sprechen zu sagen so mein freund jetzt lass uns mal zusammenfassen was ist hast du vor der staffel gemacht was hast du während der staffel gemacht was ist das ergebnis der staffel und wie siehst du das ganze jetzt und wenn es ein interessantes gespräch gibt außerhalb von runterputzen kaputt machen draufhauen und so weiter und so fort was auch wir ja im gerechtfertigten maß von den sachen die wir sehen ja auch tun ja aber wenn es einen spannenden moment gibt für dieses gespräch dann ist das zum beispiel dann wenn der rauch wenn der pulver rauch verdampft ist und dann nochmal sagen mein freund was war das eigentlich und vielleicht kriegst du dann auch ganz andere sachen aus jemand raus als jemand der der sowieso schon geladen ist bleiben wir kurz bei einem anderen ernsthaften thema es gibt neugierigkeiten am microsoft glauben aus dem big brother container was ja da ist was passiert ja und zwar schon in der letzten nacht da ist wohl ich weiß also das problem ist dadurch dass ich den live stream theoretisch empfange aber ihn nicht verfolge weil ich einfach besser zu tun habe als den ganzen tag big brother zu gucken muss man immer so ein bisschen gucken wenn man irgendwas mitbekommt aus foren aus gruppen wenn einer sagt da ist gerade was los und so weiter so und es gibt mittlerweile auch schon eine offizielle meldung also ein statement von sat 1 beziehungsweise join das ist zwar erstmal so dass worüber ich noch nicht viel weiß ist dass es in der letzten nacht wohl vielleicht eine party gab zumindest ist alkohol geflossen und matteo soll sich sehr daneben benommen haben matteo ist der lispelnde mit mama oma und so weiter du weißt schon das ist das was ich erstmal so neben markup da weiß ich noch keine details dann ist es aber wohl so gewesen dass vor zeka ja so rund zwei stunden gegen 14 uhr soll angela das ist die die sich ja schon letztes mal lautstark gebiefter ist die die in meiner küche steht und das reglament deck der küchenfrau nicht abgeben möchte ich habe in meinem kopf angela 49 war sie nicht auch 55 genau wie taube ich habe ich weiß nicht warum immer wenn du angela sagst nicht die 49 daneben angela 49 ich weiß nicht ob sie so heißt oder ob das ihr alter ist aber ich habe dieses immer diese ich verbinde es immer mit der 49 ich weiß nur zwei frauen sind 55 ich aber ab angela das war ich weiß nicht egal auf jeden fall lese ich dann direkt als meldung sie big brother hat sie rausgeschmissen denke ich was ist da denn los dann habe ich versucht zu recherchieren und dann kann ich ja erstmal das statement was sat 1 rausgegeben hat vor wenigen minuten einmal vorlesen ja dieses statement lautet nach einer ausgelassenen grillparty am tag 39 folgt die schocknachricht angela wird rausgeworfen big brother entscheidet über die regeln in seinem container big brother hat grundsätze in seinem container angela hat gegen grundsätzliche zwischenmenschliche prinzipien verstoßen dies duldet big brother nicht angela musste den container auf ansage von big brother am freitagnachmittag mit sofortiger wirkung verlassen für sie ist big brother nach 40 tagen zu ende der satz zwischenmenschlich sie hat gegen zwischenmenschliche prinzipien verstoßen wie würdest du diesen satz erstmal einordnen wollen als jemand der sich mit dem format ja auskennt was könnte da also erstmal passiert sein ganz ehrlich wenn jemand in verantwortlicher position ist und das pressesprecher dann hat er gelernt ja es gehört zu seinem berufsalltag dazu sachen so zu schreiben dass sie nichts sagen und irgendwie befriedigende antworten geben diese antwort ist eine schlechte antwort denn erstens hinterlässt sie fragezeichen zweitens sagt sie nichts drittens ist es ein dann doch also big brother ist egal klar aber 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 in dem zusammenhang jetzt von dieser egal staffel im zusammenhang mit dem was da passiert ist das ja ein wichtiges ereignis da wurde also jemand rausgeschmissen anscheinend aus political correctness oder sonstwas für gründen so dann muss ein pressesprecher ein formatverantwortlicher irgendjemand der sich damit auskennt und der respekt hat vor seiner community die das jeden tag anguckt muss muss doch auf jeden fall irgendetwas sagen zum beispiel so ein satz wie sie hat sich einem kandidaten gegenüber mies verhalten indem sie ihn beschimpft hat jetzt mal als beispiel ja dann weiß man was es geht okay sie hat geschimpft sie hat wahrscheinlich arschloch penis sonst irgendwas gesagt und das gehört sich nicht so so eine formulierung so eine butterweiche fragezeichen formulierung ist peinlich dumm und ohne jeden respekt vor der community und das finde ich nicht überhaupt gar nicht in ordnung und jetzt kommt es was passiert dann diese ganzen menschen probieren jetzt rauszukriegen was da passiert ist einige wenige wird es geben die werden das erzählen es kommt doch sowieso auf den teller es ist doch reality wollt ihr das verschweigen wollt ihr das was ihr selber übertragt verschweigen was soll der quatsch vor allem die wie gesagt ich war in den gruppen denn gerade unterwegs um so ein bisschen gucken was ist denn da jetzt eigentlich wirklich passiert und das was man dort geschrieben hat fand ich ehrlich gesagt merkwürdig in bezug darauf dass man deshalb jemanden rausschmeißt angeblich soll angela starke magenschmerzen gehabt haben es soll ihr nicht gut gegangen sein und sie soll offen gesagt haben das hätte an dem fleisch gelegen was big brother geliefert hätte davon wäre sie krank geworden und hat sozusagen big brother unterstellt man hätte sie irgendwie krank gemacht würde aber nicht das würde nicht im zwischenmenschlichen bereich liegen das schlechtes verhalten gegenüber big brother sein außer außer wenn es so ist dass big brother menschenfleisch verteilt hat und wir wissen ja mittlerweile es gibt ja eine art delay das heißt im live stream das heißt ich glaube fünf minuten ist ja irgendwie dass man mittlerweile seit vorkommnissen vor vielen jahren es eingerichtet hat dass ein live stream nicht mehr wirklich richtig live ist ähnlich wie beim superbowl da gibt es ja seit dem janet jackson nipple gate mit justin timmerlake gibt es ja auch diese paar sekunden die dann irgendwie delay drin sind damit man reagieren kann wenn irgendwas passiert kannst du dir also vorstellen wenn du sagst wir sind vielleicht in richtung political correctness unterwegs dass man das dann auch im live stream logischerweise nicht gezeigt hat um die kandidatin auch vor sich selber zu schützen und so weiter und hat das dann nicht gezeigt und hat aber trotzdem reagiert die frage ist aber nur muss big brother aber nicht trotzdem eigentlich noch kundtun warum man sie rausgeschmissen hat natürlich also nehmen wir mal an sie hat was ganz schlimmes gesagt nehmen wir mal an also jetzt mal was ganz verrücktes sie hat zu irgendjemand ein sexuell herabwürdigendes wort gesagt jetzt mal was ganz schlimmes oder das n wort benutzt war also nutte so wenn sie ein n wort zum beispiel wenn das wenn das gewesen sein sollte dann kann man doch ganz deutlich sagen durch das verwenden von formulierung die man heute nicht mehr nutzt muss sie leider das haus verlassen weil wir das nicht dulden so diese formulierung ist so unglücklich das ist total wahnwitzig unglückliche dümmliche formulierung das macht doch nur fragezeichen und am ende am ende müssen wir sie wieder einladen dann müssen wir mit ihr sprechen wenn wir dann mit ihr gesprochen haben sagt sie ihre meinung dann hat sie was gesagt was vielleicht nicht stimmt dann sagt irgendjemand in der community wieder wobei da muss ich ehrlich sagen du hast vorhin yvonne erwähnt ne darf ich mal sagen ich habe von der echt was gelernt ich habe von der gelernt man muss sich über die sachen die andere sagen gar nicht aufregend das hat sie doch so zu uns gesagt oder das stimmt aber sie regt sich gerade so ein bisschen auf darüber dass werden sie dann mal eine bühne gebunden haben ich glaube nicht dass sie sich darüber aufregt ich glaube sie sagt das lediglich aufregend tut sie sich das glaube ich nicht wie das profi also müssen von solchen menschen auch lernen und es ist glaube ich richtig meinung zu auch da ist ja eine meinung die haben ja auch eine meinung ich lasse die meinung gerne zu aber ich will wenigstens was dagegen sagen dürfen ich habe gerade in der gruppe noch eine ganz frische meldung gelesen ja also es soll wohl so gewesen sein ist wir kennen ja alle wir kennen ja alle die ansage dass über tag nicht geschlafen werden soll ja im container ja und nachdem es wohl letzte nacht es gab eine grillparty wie wir gerade erfahren haben und das heißt man hat wenig geschlafen und angela hat sich wohl zum pennen hingelegt und das sollte sie nicht und big brother hat gesagt angela der tag ist nicht zum schlafen da oder was auch immer big brother dann sagt ja und da soll sie big brother wohl auf englisch beleidigt haben und danach den mittelfinger an die kamera gehalten haben so sind wir da ein stück weiter dass du sagst das würde den raus dann wäre die formulierung von der pressestelle von sat 1 leider völlig falsch denn big brother ist kein mensch ist so im zwischenmenschlichen bereich haben sie doch geschrieben im zwischenmenschlichen bereich big brother ist kein mensch sorry big brother steht oben drüber ist kein mensch es ist jemand der stellvertretend für die anonym für das anonyme big brother eine dem eine stimme gibt sozusagen den hat sie nicht beleidigt sie hat ja nicht den namen von dem menschen genannt den wir alle kennen sondern sie hat gesagt big brother das ist ein anonymus das ist jemand der nicht existent ist als mensch und deswegen kann es nichts im zwischenmenschlichen bereich gewesen sein sorry hier hat noch jemand geschrieben hier hat noch jemand in einem big brother forum geschrieben dass es angeblich komische post auf ihrer facebook seite gab die in eine gewisse richtung gingen die allerdings mittlerweile gelöscht wurden von wem auch immer aber die kann sie ja nicht hingestellt haben weil sie hat ja kein facebook gehabt da kann sie nichts vielleicht vor dem einzug also das ist ältere einträge waren wo sie sich positioniert hat oder so ja was soll sie denn gesagt haben steht da was sie gesagt hat ne 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 weil die mittlerweile gelöscht sind es bleibt zumindest spannend wir müssen da jetzt auch nicht weiter groß spekulieren fakt ist sie ist raus genommen worden aus dem projekt und ich sag mal so kannst du dich erinnern dass ich dir vor zwei drei wochen gesagt habe da gehen mittlerweile so viele leute raus da sind fast keine mehr drin und du hast immer noch genug drin sind auch genug drin jetzt wird die luft aber ein wenig dünne herbrand am ende müssen wir da noch rein in den container aber ich werde dir was sagen das ding ist das wenn nur noch vier drin sind dann brauchst du einfach keinen mehr raus voten und ich glaube dann wird big brother viel besser weil entweder sind das vier die dann beste freunde sind über die lange zeit sich irgendwann zoffen bis zum geht nichts mehr es ist dann auch genug platz man kann dann auch in andere räume gehen man kann dann in anderen räumen über den anderen schimpfen und so weiter und so fort da muss ich sagen da habe ich keine angst vor und ganz ehrlich zur not packt der mann mit der blauen brille sein kleines beutelchen nimmt seine zahnbürste und seine zahnpasta geht da rein und nimmt selber an dem format teil und treibt die quoten bis in das unermessliche hoch und das ist doch das was wir alle sehen wollen eigentlich ja und was cool ist nimmt er den uli mit dem psychologen dann können die beide drin ein bisschen diskutieren und wenn er ganz cool ist dann nimmt er noch eine frau mit eine farbige frau mit großen brüsten die sich unter 70er jahre porno musik duscht nackt okay ich habe irgendwie süß dass wir gerade direkt darauf reagieren können ich habe übrigens als yvonne das gepostet hat habe ich das repostet und einen zusatz dazu verfasst und habe nämlich geschrieben ich verstehe die kritik ich denke trotzdem ich denke trotzdem dass er seine sicht der geschichte erzählen darf dieses hat yvonne jetzt wieder repostet mit einem zeigefinger der ein no macht also sie ist der meinung er darf die geschichte erzählen but is it a charming no or is it just a no 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 i don't know what it is we don't know i think it's like a charming no like doing this like saying oh 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 bad boy bad boy bad boy something like that okay wir sind gespannt trotzdem möchte ich an dieser stelle erwähnen gott oh gott oh gott worauf haben wir uns eingelassen als wir gesagt haben wir kümmern uns um reality worauf haben wir uns eingelassen ich weiß es nicht also ganz kurze info ach ja darf ich mich bei unserer community noch mal entschuldigen für unseren fehltritt also wir wollten welchen denn welchen fehlt es sind so viele ich also einfach für den fehltritt dass wir hier so lange sprechen über eine sache die selbstverständlich sein sollte und wir wollen wir denken nicht dass ihr nicht wisst was wir sagen und dass ihr nicht auch unter umständen so denkt dass jeder seine meinung sagen darf und so aber ich glaube man muss es zwischendurch einfach noch mal sagen ich wollte auch keinen langweilen mit meinem vortrag oder irgendwas klug scheißen oder so aber ich finde es wichtig dass wir alle noch mal ein bisschen atmen und nicht sofort antworten dass wir nicht sofort partei beziehen für irgendwelche sachen sondern dass wir in ruhe entspannt sind und uns die dinge von außen angucken und auch mal treiben lassen das stimmt allerdings und ich darf erwähnen wer lust hat heute auf weiteren content 18 uhr pärchen podcast die battys mit meiner frau und mir um 20 15 gibt es dann das eric sind am interview mit boris und mir am sonntag um 18 uhr sind wir live brand und buttermann ich habe übrigens immer noch nicht gehört ob er jetzt wieder gesund ist meinst du da was zu sagen nein ich habe mit ihm nicht gesprochen weiß ich nicht aber ich ich nehme an ich weiß nicht was soll ich mal fragen und nebenbei ich habe dir gerade was geschickt aufs handy übrigens ein schönes bild und zwar das logo ist fertig von der von der morning show guten batti ich habe dir mal das logo geschickt das doch mal an sag mir mal hier ob du das ansprechend findest vom montagmorgen kannst du es ja mal in die kamera halten sonst was sagst du dann zu ja ich finde das unmöglich also so geht es überhaupt nicht mein freund ich würde sagen du gehst noch mal zwei wochen wartest du noch mal arbeitest noch mal an diesem logo oder du kannst ja kein croissant ja was ja für hamburg steht das ist ja das ist der bruder von franzbrötchen also also das croissant ist fast ein franzbrötchen als franzose verkleidet daherkommt das ist ja die nachrichten eine zeitung die irgendwas mit ne heißt die neuser packst ja das ist ja eigentlich die mopo aber die kennt ja außerhalb hamburg ist keiner nein es ist die ist nicht nur es ist es ist die es ist die es ist die ne sieht man die nepo dann hast du dahinter einen kaffeepot der ist nicht recycelbar das finde ich scheiße und hinter dem spiegelei im übrigen scheint rote paprika zu liegen das kommt aus der kommt aus der aus der hier wie heißt das ähm äh weight watcher area und da muss ich sagen wenn du hier auch noch werbung machen willst für weight watcher ja aber das war doch unterschwellige werbung wenn du jetzt die klappe gehalten hätte das keiner so offensichtlich gemerkt ja das ist also wir werden am montag sehen wie das also da bin ich wirklich skeptisch also jetzt einmal carry anrufen und fragen aber gesundes und sonntag im podcast ist unsere community möchte das bitte wissen also ja live legge die live rufen wir jetzt und denkt dran schön nah dran halten damit wir ihn auch hören nicht wie im falle sind da man dass wir nur die hälfte verstehen genau da muss ich dir sagen was natürlich da ich gutes benehmen kenne würde ich ihm sagen natürlich sagen dass wir live und er sind das muss ich sagen vorher genau ansonsten fragst du ob er damit einverstanden sonst piep ich ihn raus ja ja ach leute leute dieses business ist so hart wer hat an der uhr gedreht ist es wirklich schon so spät ja das heißt ja ihr leute mit paul ist schluss für heute heute ende aller tage ich komme wieder keine frage ich kann es auswendig sehr schön der kai ist nicht erreichbar leider und ich bedeutet das nicht dass er noch was ich machen werde ist für dich hörbar werde ich meine nachricht hinterlassen okay ich habe ihm heute morgen auch schon eine geschickt auf die er bis dato nicht geantwortet hat for reasons vielleicht man weiß nicht das klingt nach busy man hallo mein lieber ich bin gerade mit dem frank zusammen im podcast und wir fragen uns ob du schon wieder gesundet bist und ob es dir so gut geht dass du am sonntag um 18 uhr mit uns teilnehmen möchtest an diesem feinen gespräch über reality tv und über dich natürlich was steht im mittelpunkt wir wollen gerne dir wir haben es gerade gelernt wir wollen auch anderen menschen eine bühne geben so sind wir ich wünsche dir einen frohen tag alles liebe und by the way ich habe auch schon beantwortet an welchen tagen wir zusammen in den kammerspielen im logensaal auftreten können alter angeber ich weiß halt wie promotion geht ähm und ich kann nur glaube ich am ersten achten nicht sonst kann ich ich wundere ich wünsche dir ich wundere dir einen wunschbaren tag ich wünsche dir einen wunderbaren tag bis dann bitte reservieren sie ihre tickets unter folgender ticketnummer ja ja bei eventen kann man das machen sehr schön wunderbar aber wir haben es noch nicht reingestellt weil wir noch nicht wissen die termine müssen erst bestätigt werden aber wir werden in einen neuen saal gehen so wie es aussieht nämlich in die kammerspiele in hamburg in den logen saal ein herrlicher saal viel größer und viel schöner als da wo wir vorher waren apropos schleichwerbung die ist übrigens als alter fuchs nicht aufgefallen bei dem logo was ich dir geschickt habe ja dass auf meinem pulli ja das adidas logo noch drauf ist das ist dir nicht aufgefallen mein werbevertrag mit adidas so das hat mich tatsächlich nicht gemerkt ja siehste das war unterschwellige werbung aha weißt du was das kann ich auch gar nicht merken warum da steht gar nicht adidas wirst du mir sagen das ist ich bin ebenso einem fake pulli aufgesessen wie herr sie es ja du bist vor allem eins du bist deutlich falsch rum gewickelt mein freund so mehr gibt es nicht zu sagen man muss einfach sagen mehr gibt es nicht zu sagen wir beanspruchen auch die zeit unserer freunde die hier zuhören das stimmt über die maßen über die maßen das stimmt so wir haben das wichtigste haben wir erwähnt ja wir werden das interview obwohl es vielleicht äh dann noch ähm eine wie nennt sich das doch gleich wenn man eine die ausstrahlung eines interviews verhindern möchte ähm wie heißt das wort doch gleich eine einstweilige verfügung ähm also wenn da jemand noch vor einem gericht eine einstweilige verfügung erwirken möchte damit dieses interview nicht ausgestrahlt wird äh dann ich weiß nicht wie lange die gerichte heute arbeiten nur zu ansonsten bitte und das meine ich ganz ernst schaut und hört es euch an ihr dürft gerne kritisch damit umgehen das kommentieren aber ihr dürft genauso gerne sagen ja und wenn jemand etwas weiß und das ist mir wichtig ja wenn jemand etwas weiß nicht wenn jemand etwas fühlt wenn jemand etwas denkt wenn jemand etwas meint es könnte vielleicht so sein ne stellt euch vor das ist wie bei akten zeichnix y wenn jemand da zu sehen ist der so ähnlich aussieht wie jemand den man kennt dann braucht man nicht bei der schmiere anrufen anrufen sollte man wenn der typ der da abgebildet ist und für den es zu belohnen gibt wenn man den kennt wenn man weiß wo er ist nicht wenn man vielleicht fühlt er könnte auch unter umständen wenn er ein anderes geschlecht hätte so ähnlich und so weiter das macht keinen sinn bis sonntag 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 bis sonntag